Es war über 60 Minuten offen, erst eine Minute vor Schluss oder 30 Sekunden, als wir dann das letzte Tor gemacht haben, war es dann wirklich entschieden. In der zweiten Halbzeit war es so, dass es immer wieder ein Off und Up war. Wir waren mit einem zwei Tore weg, dann kamen sie wieder ran, aufs Unentschieden. Und wir haben es nicht richtig geschafft, uns einmal über drei Tore hinweg abzusetzen, um dann das Spiel klar zu entscheiden. Und ja, das zeigt halt Hannover aus, dass sie im Moment einfach souverän, eiskalt vorne spielen und auch hinten wenig zulassen. Und deshalb war es am Ende dann so knapp und ich bin einfach froh, dass das Ding dann auch über 60 Minuten gewinnen konnte. Ja, ich denke, das hat man vom Anfang an gemerkt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Es ging immer hin und her. Mal hat Hannover mit ein, zwei Toren geführt, mal haben wir mit ein, zwei Toren geführt. Wir konnten uns nie entscheidend absetzen auf drei, vier. Und von daher war es über 60 Minuten ein ganz enges Spiel. Ich habe, ich glaube, zwei oder drei ganz frei verworfen. Die muss ich eigentlich reinmachen. Das war gerade in der zweiten Halbzeit der Gegenstoß. Hätte ich ihn reingemacht, wären es drei Tore gewesen. Und von daher bin ich nicht so zufrieden heute. Wir hatten, glaube ich, das hat man gesehen, richtig Bock heute, die erste Niederlage vorbeizubringen. Das haben wir geschafft. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und heute können wir uns freuen und dann geht es am Donnerstag schon wieder weiter. Es kommen Hammeraufgaben noch. Wir haben noch ganz schwere Gegner vor der Brust. Jetzt am Donnerstag in Wetzlar auch was für mich ganz Besonderes. Das war sehr, sehr schwer, aber wir wollen natürlich möglichst jedes Spiel gewinnen.